Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 16. April. SW und Entega in der Kritik, Neues zum Lkw-Fahrerstreik in Südhessen und Blitzermarathon in Hessen. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. In einer umfassenden Analyse des Recherchenetzwerks Correctiv. Lokal wurden die CO2-Kompensationsaktivitäten und Gutschriften von 150 deutschen Gasversorgern zwischen 2011 und 2024 untersucht. Diese Untersuchung hat aufgedeckt, dass zwei Drittel der insgesamt 16 Millionen CO2-Gutschriftenprojekten zugeordnet wurden, die laut wissenschaftlicher Einschätzung nicht zur Kompensation geeignet sind. Die Wiesbadener SW-Versorgungs-AG und die Darmstädter Entega stehen besonders im Fokus, wobei SW mit über zwei Millionen Gutschriften aus 21 Projekten die Liste anführt und Entega mit fast anderthalb Millionen aus sechs Projekten auf Rang drei. Beide Unternehmen stellen sich auf die kritische wissenschaftliche Bewertung ihrer Projekte ein und planen, ihre Praktiken weiterhin zu verbessern. Neues zum Lkw-Fahrerstreik in Südhessen. Im vergangenen Jahr haben an der Raststätte Gräfenhausen an der A5 die Lkw-Fahrer einer polnischen Spedition für ihren Lohn gestreikt. Der Chef rückte damals mit einem Rollkommando an. Die Staatsanwaltschaft Darmstadt ermittelt dazu noch. Doch nun gab es erneut einen handfesten Streit mit einem Lasterfahrer, in den der polnische Speditionschef wieder verwickelt ist. Wie das bayerische Polizeipräsidium Schwaben Südwest mitmitteilte, war der 41-jährige Speditionschef am Samstag auf der Autobahnrastanlage Burgauer See im schwäbischen Kreis Günzburg mit einem 31 Jahre alten uzbekischen Lastwagenfahrer aneinandergeraten. Ein Klappmesser und ein Reizstoffsprühgerät seien zwischen den Streitenden zum Einsatz gekommen. Die Polizei habe die beiden leicht verletzten Kontrahenten widerstandslos vorübergehend festgenommen. Gegen beide Männer wird nun wegen mutmaßlicher gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Auch bei den beiden Streiks an der Raststätte Gräfenhausen an der A5 zwischen Frankfurt und Darmstadt im vergangenen Jahr musste mehrmals die Polizei anrücken. Die Staatsanwaltschaft Darmstadt ermittelt in mehreren Fällen gegen die Spedition und die Fahrer. In allen dauern die aufwendigen Ermittlungen noch an. Die hessischen Polizeipräsidien führen am Freitag landesweit Radarkontrollen durch. Zwischen 6 Tonnen und 22 Uhr werden zu schnelle Autofahrer an mehreren vorher angekündigten Orten erfasst. Anlass dazu bietet eine europaweite Aktionswoche, die Verkehrsteilnehmer auf die Gefahren überhöhter Geschwindigkeiten hinweisen soll. Das berichtet die Polizei. Am Dienstag werde in den sozialen Medien bekannt gegeben, wo sich die diesjährigen Messstellen in Hessen befinden, teilte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Mittelhessen am Montag in Gießen mit. Beim vergangenen Blitzer-Marathon hatten die Beamten an knapp 200 Messstellen in Hessen rund 205.000 Fahrzeuge kontrolliert. Davon waren rund 4 Prozent zu schnell gefahren. Für die Gemeinde Mühltal ist der Fräsmaschinenhersteller Datron vor allem in Sachen Gewerbesteuer ein großer Player, der jedoch bald wegbricht. Denn 2025 will sich das Unternehmen aus Treyser zurückziehen und seinen Hauptsitz nach Oberramstadt verlegen. Das Unternehmen begründet die Entscheidung mit wegfallenden Wegzeiten und weniger aufwendigen Lager-, Transport- und Arbeitsprozessaufwänden. Außerdem kämpft Datron in Oberramstadt nicht mit Platzproblemen, kann im Gegensatz zum Standort in Treyser frei planen und seine Wachstumsbestrebungen vorantreiben. Wie schmerzhaft ist das Loch, das die fehlenden Einnahmen in die Gemeindekasse reißen werden. Es handele sich laut Bürgermeister Willi Muth um einen sechsstelligen Betrag, der der Gemeinde abhanden komme. Für Mühltal sei das ein Batzen Geld, das werde zu spüren sein. Wie es mit dem Gelände im Nordosten Treysers nach dem Wegzug weitergeht, steht derweil noch nicht fest. Das Parlament muss noch entscheiden, ob künftig ein Gewerbegebiet oder ein Mischgebiet gewünscht sei. Labbadia ist wieder in Darmstadt. Aber es ist dann doch nicht der Fußballtrainer Bruno Labbadia, der davor unter anderem Spieler beim SV Darmstadt 98 und Bayern München war. Es ist die Trattoria und Pizzeria Labbadia. Die Gaststätte wird geführt von Corrado Labbadia, einem Cousin des Trainers. Die Trattoria und Pizzeria Labbadia hat in Eberstadt in der Marktstraße 2 unmittelbarer Nähe zum Marktplatz aufgemacht. Sie hat mittags und abends geöffnet. Ruhetag ist hier der Dienstag, auch mit Blick darauf, dass andere Lokale am Montag Ruhetag haben, erklärt der Inhaber. Kenner werden sich erinnern, dass es neulich noch eine Pizzeria Labbadia in Weiterstadt gab. Aber das Lokal in der Darmstädter Straße war laut Corrado Labbadia zu klein, sodass die Gaststätte umzog. Jetzt in Eberstadt sind die Räume größer. Das Lokal setzt auf typisch regionale italienische Küche. Auch vegane und glutenfreie Gerichte stehen auf der Speisekarte. Das Verletzungspech verfolgt Fußball-Bundesligist SV Darmstadt 98 schon die ganze Saison. Jetzt gibt es für die Lilien, die als Absteiger so gut wie feststehen, die nächste bittere Nachricht. Kapitän Fabian Holland hat sich einen Kreuz- und Innenbandriss zugezogen und wird monatelang ausfallen. Wann genau er in der kommenden Spielzeit wieder einsteigen kann, ist völlig unklar. Über das weitere Vorgehen und den Zeitpunkt der Operation wird demnächst entschieden. Holland hatte sich am Sonntag bei einem Zweikampf mit dem Freiburger Yannick Keitel in der 81. Minute am linken Knie verletzt. Holland war in dieser Saison einer der Konstanten, er bestritt 23 von bisher 29 Spielen. Fünfmal fehlte er wegen kleinerer Blessuren, einmal war er gesperrt. Der Kapitän wurde von Trainer Thorsten Lieberknecht nicht nur auf seiner Stammposition als linker Verteidiger eingesetzt, sondern auch im defensiven Mittelfeld. Der Vertrag des 33 Jahre alten gebürtigen Berliners, der seit 2014 bei den Lilien spielt und somit dienstältester Akteur ist, läuft noch bis Sommer 2025. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell als L.E. Ich öle. Gude Südhessen ist eine Produktion der VAM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, echo online und mittelhessen.de. Redaktion und Produktion, die NewsmanagerInnen der VAM. Ihr erreicht uns per Mail an audio.vam.de. Ek- gravesfrau online und mittelhessen.de. Dankeschön. Untertitelung des ZDF, 2020